also heute habe ich das ding gehabt hier du ich muss da unten so eine treppe da ein bisschen rumkehren da hier metalltreppe war das das war so ein klarer eck da unten der treppe rumgekehrt dann habe ich gedacht volle pulle weiter batsch hier du renne ich volle latte hier an das metallgerüst von der von der treppe da hier das sieht aus hier und hier das hat mich voll aus der halben hocke hier weg gehauen hier das war ein kick hier wie von flying over hier was war denn das jetzt hier hier ganze schädel hier dick hier so das wolle schon mal erzählen macht's gut bis dann hier tschö